Das hat gesessen. Auf Lampedusa spricht Papst Franziskus von unserer globalisierten Gleichgültigkeit, von der Unfähigkeit zum Mitleid. Wir sind unsensibel für die Schreie der anderen, leben in einer Seifenblase, sagt der Papst. Auf der Flüchtlingsinsel vor Italien klingen diese Worte prophetisch, denn wer das Leid der Welt nicht mehr sieht, der hat die Voraussetzung für christliches Handeln verloren, der spürt keine Schuld, wenn er nichts gegen die Not in der Welt tut und alles so lässt, wie es ist. Vielleicht ist das die Wurzel unserer Glaubenskrise. Es geht nicht um Glaubenssätze, die Dreifaltigkeit Gottes, die Unfehlbarkeit des Papstes oder der Zölibat. All das sehen viele heute anders als das kirchliche Lehramt. In der heutigen Glaubenskrise spielt das keine allzu große Rolle. Es geht um die Unfähigkeit, christlich zu handeln und als Voraussetzung dazu die fehlende Wahrnehmung der Not. Aber das macht eben das Christliche aus. Das Mitfühlen, das Hinsehen und dann das Sich-Einsetzen für die Schwachen und in Not geratenen. Sicher, aus humanistischen Gründen wird viel getan, aber der Blick der Christen ist anders. Sie sehen im Notleidenden Jesus Christus, so wie es vor 1600 Jahren Martin von Thur getan hat. Dieser Blick ist vielen abhanden gekommen. Zu groß ist das Elend jeden Tag in den Nachrichten. Zu weit weg der Nachbar vor der eigenen Haustür. Zu bequem haben wir uns eingerichtet in unseren Kirchengemeinden. Papst Franziskus hat mit seiner Predigt auf seiner ersten Reise voll ins Schwarze getroffen. In diese dunkelste Ecke unseres unchristlichen Seins. Untertitelung des ZDF für funk, 2017